Ab und zu muss man einfach mal tief durchatmen. Auch als zweifache Mama oder vielleicht gerade deswegen. Ob Anna Ivanovic deshalb so viel Yoga macht? Möglich wäre es, doch wahrscheinlich fehlt dem ehemaligen Tennisprofi vor allem die Bewegung. Ein Glück, dass die schöne Serbin mit einem Ex-Fußballstar verheiratet ist. Neben Yoga hält sich Anna nämlich auch mit verschiedenen Workouts fit. Und wenn wir uns dieses top ausgestattete Homegym so ansehen, dürfte hier jedes Sportlerherz höher schlagen. An erster Stelle stehen aber natürlich ihre beiden Söhne. Deshalb nutzt die 32-Jährige jede freie Minute, um sich fit zu halten oder den Haushalt zu erledigen. Eine kurze Yoga-Session, bevor die Kinder aufstehen, schreibt die Ehefrau von Bastian Schweinsteiger zu diesem Video. Im Schnelldurchlauf präsentiert uns die zweifache Mutter hier die Übungen, die ihr unter anderem zu diesem Traumkörper verhelfen. In dem hautengen Sportoutfit kommt der nämlich noch besser zur Geltung als sowieso schon. Vor allem der flache Bauch und die knackige Kehrseite der attraktiven Brünetten stehen hier im Fokus. Kaum zu glauben, dass Anna erst im August 2019 ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat. Wann genau die Ex-Tennis-Spielerin aufstehen muss, um noch vor dem Wachwerden ihrer Kinder Sport machen zu können, wollen wir uns kaum vorstellen. Vor so viel Disziplin und Durchhaltevermögen können wir nur unseren Hut ziehen. Chapeau, liebe Anna!